Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellsten CSGO Overwatch. Wir haben eben noch einen Reward bekommen, das wollte ich euch mal geschwind zeigen. Ich hab gerade eben das letzte aufgenommen mit diesem dreisten Cheater. Und geh kurz raus, also hab das Spiel ausgemacht, wieder angemacht. Zack, schon haben wir einen Reward. Wer weiß, ob das jetzt direkt für ihn war. Ich glaube nicht, dass es so schnell geht. Aber wir haben mal wieder einen Reward eingefahren. So muss das laufen, Leute. Genau so. Jetzt seht ihr halt mal ungeschnitten, wie das so ist, wenn ich in Overwatch starte. Ich lade den Fall herunter, mache mir noch einen Kaffee, gucke halt auf die Verbrecherkartei, was da so abgeht, trinke noch einen Schluck. Und dann geht's auch schon gleich los. Und zwei in drei, zwei, eins. Dauert noch kurz. Manche brauchen voll lang. Also es dauert generell immer mal wieder ein bisschen, aber manche brauchen echt, der braucht echt lang. Das ist eine Demo, die lang lädt, ne? Und... So. Gucken wir rein, gucken wir rein. Ah. Ja. Letztens hatten wir diesen ultra dreisten Hardcore-Cheater. Wir hatten Cheater in beiden Teams. Das war echt Wahnsinn. Ich denke, die haben hochgedreht, weil sie sich gegenseitig gespürt haben. Und haben dann gedacht, okay, gut, ich muss alles geben. Cheat-Technik, was so geht. Der Bann ist so oder so drin. Jawollo. Nicht. Mirage. Das ist schon mal schön. Inferno. Ah ja, wir gucken mal kurz nach der... Nach der Stadts. 6-4. Alles völlig machbar. Völlig, völlig machbar. Sie haben aber schon einen verloren. Also die Cities haben einen Bot. Da kann man das schon mal mutmaßen. Das war ein ziemlich krasser Headshot, mein Freund. Warum verschiebt der jetzt? Haben die da gerufen? Ja, wahrscheinlich haben die einen B-Rush angesagt. Guck mal, da war... Na, jetzt ist meine Maus wieder weg. Auf der Karte konnte man sehen, dass zu dem Zeitpunkt noch mindestens drei Tees in Banane waren. Also wahrscheinlich wurden die halt so angesagt. Der eine schleicht aber Richtung A mit der Bombe. Ich weiß nicht, ob er ihn jetzt vermutet, sieht oder der andere sagt ihn jetzt gleich an und zwar jetzt. So, jetzt weiß er, dass er da oben ist. Okay. Hm. Vom Abdeckungsplay her würde ich ihm das sogar fast noch abkaufen im Moment. Also alles, ich... Sorry, ich habe immer noch den Reizhusten. Er ist auf Mitte, unten rechts. Okay. Wow. Waller und sowas eher nicht, aber die... Diese Wackelung, dieses Zucken auf den Kopf ist merkwürdig. Vorhin der Scout Schuss, okay, sowas kann man mal machen auf jeden Fall. Aber jetzt dann schon wieder so ein Zucken direkt. Könnte ein, äh, möglicherweise ein eindeutiger Fall werden. Wir warten aber mal ab. Letztes Mal hatten wir ja den Overkill. Das war ja so unglaublich dreist, was die beiden gemacht haben. Das ging gar nicht mehr schlimmer. Okay, das sind vier Stück. Guck mal, wie er mit seinem... Guck mal auf sein Fadenkreuz. Ich mache gleich mal langsam. Er wackelt ganz merkwürdig umher. Jetzt muss er halt aufpassen. Wenn er das jetzt machen würde, wird sein Fadenkreuz durch den Smoke auf seinen Kopf. Das war aber wirklich vollkommen in Ordnung. Da hinten ist noch einer. Oh, er war gerade eben direkt auf ihm drauf, was aber nichts zu heißen. Also, naja, das... Habe ich wieder zurückgenommen, habe ich wieder zurückgenommen. Direkt neben ihm steht noch einer. Wartet er jetzt auf den? Nee, er geht hin. Da ist er nochmal davon gesprungen. Auf... Äh, ja, auf der Second Mid sind welche. Der Kerl hüpft da immer noch rum. Ist ziemlich close bei ihm. Einer ist jetzt direkt oben bei Mitte. Den hört er springen. Er hat sich aber auch direkt in seinen Headshot reingeduckt. Eben hat er wieder kurz geruckelt. Aber der andere hat sich in... Er ist ja in seinen Kopf... Er hat noch nicht mal Kopfschuss bekommen oder verteilt. Obwohl der eine direkt in seinem Fadenkreuz geduckt war. Na, der andere ist auf A. Legt wahrscheinlich jetzt bald. Das Deckungsplay, was die hier machen, ist auch in Ordnung. Also, der eine rennt direkt Richtung City. Er bleibt hier stehen. Klar ist er nicht optimal gedeckt. Also, jetzt speziell der Suspect. Ich wäre auch lieber hoch Library gegangen. Okay, ist das A. Weil er dann einfach Spot durchgehen kann, die von der Seite nudeln kann. Aber naja. Wir gucken mal. Mhm. Da, hat mir ihn gesehen. Den hat er gesehen. Ja, ja, den hat er gesehen. Man konnte ihn ganz gut sehen. Das war ein chilliger Headshot. Hm. Ich bin mir echt nicht sicher bei ihm. Also, Wallhack denke ich nicht. Und... Aim-Unterstützung... Auch erstmal nicht. Obwohl es jetzt zweimal ganz komisch geruckelt hat. Aber es gibt Demo-Fehler. Das wissen wir alle. Und ich will nicht, dass jemand wegen einem Demo-Fehler genudelt wird. Dann. Ich meine, ich bin ja zum Glück nicht der Einzige, der diese Bürde trägt, ihn zu beurteilen. Ich bin einer von sieben. Und einer von acht. Oder einer sogar von zehn. Ich glaube, zehn waren es nicht. Ich glaube, es waren unter zehn. Aber mehr als fünf. Und diese Obu-Watcher müssen alle das gleiche stimmen. Sonst geht's nicht. Also, sonst wird er einfach wieder freigelassen. Völlig, völlig in Ordnung. Da mache ich ähnliches Play da oben. Mit... Von der Zeit her musste da jetzt eh einer stehen. Ich weiß nicht, ob er ihn bei einem Jiggle-Peak, bei einem Shoulder-Peak mal kurz gesehen hat. Aber das war gut, oder? Oder glaubt ihr... Ach. Na, na, na. Nimmt das Hühnchen mit. Guter Plan. Oh Gott, das bin vielleicht ich. Ah ne, halt. Er hat keinen Knife. Er hat keine Handschuhe. Hat er... Ne. Naja. Oh, er rennt durch mit einem Knife. Okay. Er ist direkt durchgerannt. Das kann man auch machen. Ich denke... Ähm... Dass das... Dass das sind... Auf den hat er jetzt aber echt merkwürdig gewartet. Und er ruckelt immer noch beim Schießen. So ganz komisch hin und her. Ein Demo-Fehler ist nicht immer nur exakt beim Schießen. Ich lasse es jetzt auf schnell... Ich glaube sogar, dass er das mit Absicht gemacht hat. Er hat sich killen lassen. Ich glaube, er hat sich eben echt killen lassen. Er wusste, dass er da steht. Und hat sich killen lassen, damit die Overwatcher denken, er hat keinen Wallhack. Ich bin... Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Er hat gerade eben davor so komisch geschaut. Ähm... Als er hier runter lief und der von Banane kam. Der ist ja gerannt. Ich kann nicht zurückspulen. Keine Ahnung. Das war auch wieder ein Headshot. Ne. Aber das war ein Headshot. Da ist noch einer ganz close. Und von dem weiß er so merkwürdig. Obwohl, gut, man kann... Man kann da auch mal so hin, ey. Klar, wenn... Du auf Mitte eben eingekillt hast. Und die Zeit gerade so steht bei einem... Bei einem, ja, dementsprechenden Go. Die B-Leute haben noch nichts vermerken können. Dann sind die wahrscheinlich schon second mit. Also ist das Hingucken kurz in Ordnung. Auf jeden Fall. Aber... Er kommt mir... Er kommt mir so ein bisschen fishy vor. Auf jeden Fall. Also manche Sachen sind merkwürdig. Manche Shots. Aber... Ich hab... Ja, ich sehe oft meine Plays. Meine Gameplays. Und da sind diverse Ruckeler auch dabei. Also wirklich brutale Dinger. Vor allem Ruckeler... Ich bin schon diverse Male. Ich hoffe, das hat nie ein Overwatcher gesehen. Durch eine Smoke auf den Kopf drauf. So wupps. Tot. Dass ich wie angelockt war. Auf jemanden, den ich gar nicht sehen konnte. Einfach halt aus Instinkt, Skill und Luck zusammen gemischt. Beziehungsweise Instinkt und Skill zähle ich einfach mal zusammen. Man baut den Instinkt auf in Game. Dieses Wissen, diese Vorahnung baut man auf. Das zählt zum Skill mit dazu. Und dann spielt halt eben noch Glück mit rein, dass es zutrifft. Und, äh, und ja. Und auch andere Leute, Mates, Hin und Her, GeForce und so weiter. Gute Spieler, die krass zocken. Die in einer recht hohen Elo rumdümpeln. Da sieht es schon echt krass aus. Er versucht schnell hin zu hüpfen. Verletzt die Banane. Okay, also ich glaube, ich wüsste nicht, was ich hier bei ihm drücken soll. Ich weiß es echt nicht. Es sieht völlig in Ordnung aus irgendwie. Klar ist da mal ein kurzer Wackler dabei. Und seine Vorahnung ist gut. Aber deswegen als... Wir gucken jetzt nochmal kurz in die Stats rein. Viele lassen sich ja von den Stats auch so überzeugen und sagen, ja, guck mal da, 800 zu 9 geht ja gar nicht. Aber 17,6 ist wirklich, äh, jetzt kein Teufelswerk. Und wenn man so ein bisschen auf die anderen guckt... Na, jetzt ist es gerade kein gutes Beispiel. Ich meine auch, dass es ein Team ist, wahrscheinlich. Oder zumindest, dass sie ziemlich viel kommunizieren. Oh. Dass sie ziemlich viel kommunizieren. Er schließt sein Mail dann. Timing. Timing, mein Freund. Mach das doch... Mach das doch nicht, wenn ich sowas sag. Oh, ich denke trotzdem, dass es ein Team ist. Und, dass sie wahrscheinlich in einer etwas höheren Elo auch einfach vor sich hin dümmelt. Guck mal, da gehen einige Headshots rein, wenn man da oben guckt. Okay, da jetzt nicht. Auch wieder schlechte Beispiele. Aber trotzdem, trotzdem. Ich bin von so einer Unschuld irgendwie überzeugt. Ja, also ich bin mir nicht sicher genug. Es ist schon irgendwie so ein bisschen fishy an manchen Stellen. Oder, nicht fishy, aber... Es ist an manchen Stellen so, dass man vielleicht sagen könnte, oh, wer weiß. Vielleicht hat er ja an. Aber es ist noch nicht Beweis genug, ihm irgendwas zu drücken. Ihr wisst ja, man muss sich sicher sein. Jemanden zu rapen, der unschuldig ist, ist eklig. Dann lieber einen gehen lassen, der dann aber eh wieder reported wird und dann gebannt wird. Ah, okay, die... Sie haben einen Timeout gemacht. Meine Hände. Ich bin ultra gut gerade. Ich habe mir vorhin die Hände voll geschrubbt, weil ich hier im Auto noch rumgefuhr weckt habe. Übrigens, heute ist Livestream. Ne, halt, heute ist ja keiner... Vielleicht ist heute Livestream. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wann das Video kommt. Jeden Dienstag, jeden Donnerstag und jeden Freitag Livestream. Dienstag und Donnerstag immer ab 19.30 Uhr. Freitags immer ab 22 Uhr. Da unten ist einer best... Das sind zwei bei Seconden mit. Die sind sogar noch in den Aparts drin. Drei sind auch Banane, die wahrscheinlich angesagt wurden. Deswegen geht er da jetzt auch hin. Der Headshot ging gut rein. Also ich denke nicht, dass er irgendeine Wall... Ja doch, also irgendeine Sichtunterstützung hat. Das war gerade so knapp. Er ist so knapp einfach weggegangen. Er hätte eigentlich den Vorteil gehabt. In dem Fall vor allem den völlig legalen Vorteil, finde ich. Wenn man einen auf Banane gekillt hat und da waren drei angesagt, dann bleibe ich da noch kurz stehen und ziehe ihn hoch. Aber er ist weggerannt, weil er auch wusste, klar... Ich denke, das merkt man auch wieder, dass es ein guter Spieler ist, dass halt hinter ihm trotzdem langsam der Sack zugeht. Die anderen Tees sind nicht untätig. Die sind wahrscheinlich irgendwo auf Second mit, vielleicht im Fuchsbau und ficken ihn gleich. Die Positionierung ist auch nicht schlecht. Man sieht auch, dass die Teammates ganz gut stehen oder standen. Also ich denke, dass hier wirklich Leute am Start sind, die einfach nur gut sind. Obwohl die Headshots schon ziemlich krass fliegen. Gut, der war auch eben im Headclitch. Also da geht entweder der Headshot rein oder nicht. Nee, ich sag immer noch, dass es ein guter Spieler ist. Schizzle. Schizzle mal Nizzle, Pizzle. Ich mein, ich kann dann in dem Fall verstehen, dass vielleicht gerade jetzt im Spiel, nicht als Betrachter dieses Overwatches oder dieser Demo, sondern einfach im Spiel, könnte man dann vielleicht als schwacher Mensch schon sagen, wow, der drückt uns ja die ganze Headshots, den reporten wir einfach mal. So, vorsichtshalber. Wie oft hat man das, dass man das selbst drückt. Und dann sagt dann natürlich keiner was. Da sagt man selbst nicht, oh, hab ich Cheats angemacht. Aber sobald du irgendwie einen Gegner hast, der zwei Headshots hintereinander drückt, dann ist das Geschrei direkt groß. Also ich sag jetzt hier, dass er nichts hatte. Das war ein cleaner Spieler. Und ich hoffe, dass er mich jetzt nicht direkt rapet, wenn es, wenn, wenn sich, ja, wegen eurer möglicherweise konträrgehenden Meinung. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, ciao.